Moin Moin und alles Wort von mir heute zu diesem kleinen Lötkolben Set. Das Ganze ist eigentlich ganz simpel in der Handhabung und auch in der Erklärung. Kommt erstmal nachschauen, schön solide Verpackung hier daher. Das kann man erstmal so stehen lassen. Wir haben hier ein ganz klassisches Aufbewaffungsbox-Line. Und da ist dann alles da drin, was wir brauchen, um direkt loszulegen. Wir haben hier tatsächlich einen Lötkolbenhalter mit dabei. Wir haben hier einen Schwamm und Co. Das Ganze dann auch abzukühlen, wenn wir es dann nicht mehr brauchen. Warte mal, wir nehmen das nochmal raus. Dann haben wir hier unseren klassischen Lötkolben. So wie man sich das vorstellt, so wie das sich gehört. Mit zu einem höher und niedriger Einstellung. Das Ganze hat auch ein LCD-Display. Also das ist alles in Ordnung. Wir haben hier unsere klassische Mechanik, um aufzusagen, was wir an Lötzinn nicht brauchen. Unterschiede hier aufsitzen sind auch dabei. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Lötzinn, der hier mit beigesteuert wird. Und im Endeffekt ist es das Ganze dann. Und meines Erachtens nach auf jeden Fall ein solides Set, das man zum Einstieg auf jeden Fall easy nutzen kann. Wo alles drin ist, was man braucht, um direkt mit den Löten loszulegen. und loszulegen. Bis zum nächsten Mal.